Was denn hier? Ah, hier. Ich lasse sie nicht sterben, ihre Freundin. Ich habe sie beobachtet. Habe ihre Akte studiert. Sie sind nicht so unschuldig, wie sie tun. Sie haben gezeigt, dass sie zu allem bereit sind, um ihr Überleben zu sichern. Der Überlebende, Irr Solitarius. Und was ist mit ihnen, ha? Sichern sterbende Leuten aufzugeheilen, ist das ihr Protokoll? Nein, sie irren sich, Mr. Lee. Das Protokoll strebt nicht nach Tod, sondern nach Leben. Die Zukunft liegt im All. Unser Ziel. Doch für das All sind wir nicht geschafft. Diese schwache Hülle hält uns zurück. Wir müssen uns weiterentwickeln, um zu überleben. Und nun sehen wir den Grund, der meine Methoden bestätigt. Mein letzter Test. Wer ist der wahre Überlebende? Der Mensch? Oder mein Alpha? Das Alpha-Tier! Sieh eine an. 5, 2, 1. Ich sollte dir danken. Doch nun weiß ich. Es ist ein Geschenk. Ein Fluch. Haben die umgeschrieben. Was hat er denn? Es ist meine Bestimmung, dich zu töten. Geht das wieder so von vorne los? Okay. Schusswaffen helfen eh nix. Wie immer. Das wollen wir doch mal sehen. Aua. Ich muss mich heilen. Nein, 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 nein. Toll. Wie soll ich mich denn heilen bei dem? Nein, 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 nein. Oh nein. Ja, das war ein bisschen blöd. Okay, also ich brauche die Schusswaffen, brauche ich gar nicht probieren. Schusswaffen gehen nicht. Ich darf mich nur nicht treffen lassen. Nee, ich glaub gar nichts. Ich glaub, dass ich den Schläger dir einfach durch Gesicht ziehe. Daran glaube ich. Mein Argumentationsverstärker. Die Sounds sollten eigentlich nicht funktionieren in der YouTube-Aufnahme. Du auch? Das ist ja eine wilde Ausweicherei hier. Mein Gott. Es wird was, glaub ich. Oder? Okay. Ja, ist doch gut. Ist doch gut, Mann. Beruhig dich. Da kommt der Schatten. Der dich ausgrenzt. Was ist das für ein komischer Schatten da? Nein, ich gib mir Mühe. Du musst dir Mühe geben. Du Hampel, Mann. Okay. Ist das so? Ich schläge dich. Ich schläge alle. Ich schläge alle. Der Überall. Was passiert mit mir? Alles hat seinen Preis. Alles hat seinen Preis. Oh, fuck, Mann. Jetzt gibt's keinen Nahkampf mehr. Oh, oh. Finaler Bosskampf. Äh. Was? Warte mal. Da waren noch irgendwo so Explosionsdinger, ne? Oh, fuck. Jetzt muss ich doch noch nachladen. Wieso lädt er nicht nach, Mann? Ich muss Waffe wechseln. La, la, la. I'm walking. And we are walking. La, la, la. I'm walking. Am. Okay. Deswegen liegen die Schokoriegel hier. Oh, nein. Lass mich. Äh, was? Ich seh. Wo bin ich? Hey, was war das? Oh. 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 Ah. Ah. Oh. 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 Da hatte ich keine Beine mehr. Ne, Mrs. Bist du es? Ja, ja. So. Einen Moment bitte. Ich meine, ich hätte gerade auch, glaube ich, gerade andere gehört, die gespawnt sind. Bin mir nicht sicher. Ja. Nein. Aua. I, A, U, A. Lass das. Lass mich. Oh, da ist eine Kiste. Habe ich gar nicht. Habe ich übersehen. Na. Oh, fuck, er rennt. Nicht gut. Gar nicht gut. Irgendwas habe ich doch gerade gehört, oder? Ich brauche Leben. Unbedingt. Natürlich. Oh nein, der rennt. Oh, oh. Äh. Lass mich. Oh, Mann. Ernsthaft? Ein Schlag? Okay. Der wird nicht einfach. Unomomento. Warte auf mich. Nein. Tschüss. Oh, wie langsam er auch rennt, Mann. Sag mal. Oh. Oh, ernsthaft? Also. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Bewegungssystem im Spiel ist scheiße. Also da komme ich nicht von ab. Es ist einfach Schmutz. Das hätte man besser lösen können. Na, toll. Schmeiß ich auch noch drüber. Ernsthaft? Nö, nö. Lass mal. Wisst ihr, aber auch in die Hufe kommt, ne? Ist Weihnachten. Und Ostern. Auf einen Tag. Ja, und jetzt nimmt das nicht auf. Lass es. Ja, so da so. Ich so hier so. Uhuhu, gefährlich. Ich brauche einen Schokoriegel. Okay. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel Munni ich noch habe. Eie. Nein, lass mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Ich habe halt kaum Zeit, hier nachzugucken, ne? Moment. Ja, ja. Oh nein. Das ist scheiß Viecher. Wo sind die? Da krabbelt irgendwas. Dadurch nimmt der auch Schaden, ne? Ich glaube, Explosivfässer sind keine mehr hier. Ich glaube, ich zumindest. Oh Mann. Ernsthaft? Keine Munni mehr. Na toll. Großartig. Da liegt noch was. Nö, nö. Lass mich. Nö, nö. Keine Zeit auf dich. Nö, nö. Nö. Lass mal. Gibt es hier noch einen Schokoriegel? Irgendwo vielleicht. Nö, was? Aua. Nein, lauf, nein. Oh, nein. Und alles von vorne jetzt wieder, ne? Ey, ohne Scheiß. Wie soll ich den denn besiegen? Ich weiß gar nicht. Mach ich den Schaden, wenn der zugewachsen ist oder nicht? Wenn sein Gesicht so voller Blubberblasen ist. Ja, ja. Du mich auch. Ich nehme erstmal einen Schokoriegel. Und hier war, glaube ich, noch irgendwo noch einer. Ja, so da so, ich so hier so. Nein, renn, Mann. Nein, renn, Mann. Nicht gut. Der fängt gleich wieder an zu rennen. Das wird ein sehr langer Kampf. Ja, definitiv. Natürlich. Äh, ja, okay. Ja, da kriegen wir wenig Munition. Oh nein, er kommt. Oh. Alles on the fly. Das nehme ich jetzt nicht auf. Du, 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 du. Nein, nein, ich häng ... Da bleibt der an so einer scheiß Alpha-Ecke hängen. Ich glaub's ja nicht. Ach, fick dich doch, Spiel, Mann. Was ist das für ein Schmutz? Wer designt denn so was? Da bleibt der an so einer scheiß Alpha-Ecke da hängen. Also, ich glaub's ja wohl. Also, sowas Bescheuertes. Ich hab schon Krampf in den Finger, weil ich die ganze Zeit L1 gedrückt halten muss. Nimm doch, Mann! Ey, wie behindert das ist. So, komm weg. Wo ist er denn? Jo, muss los. Bruder muss los. Ich glaub, da könnt ihr euch nochmal einen Kaffee holen. Das wird sich noch ein bisschen hinziehen hier. Düb, 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 düb. Oh nein, hinter mir. Ernsthaft? Kommt er? Natürlich. Nicht schon wieder. Ich will nicht schon wieder sterben. Ich hab keinen Bock darauf. Nein, hör auf. Hau ab, Mann. Nicht wieder hängen bleiben. Bro. Na, bleib doch nicht da hängen, Mann. Irgendwo war noch ein... Da ist noch ein roter Tank. Muss ich mir merken. Der ist genau hinter uns. Sterb einfach, Junge. Sterb einfach. Uah, nein, bitte nicht. Oh, muss los. Kann das Spiel mal speichern, vielleicht mal. Überleben wir auf diesen Hardcore-Modus. Hätte ich gar keinen Bock auf den. Auf diesen Hardcore-Modus hätte ich überhaupt keinen Bock. Düb, 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 düb. Ich brauch' kleinen Muni, glaub ich. Denke ich. Ach, leck mich doch fett, Mann. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Oh, nein. Oh, Bro. Muss los. Oh, scheiße. Das ist noch eine Kiste, ne? Die müssen wir uns irgendwie holen. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Hier ziehen gleich die Löcher aus dem Käse, denn nun geht sie los. Unsere Polonese von Blankenese bis hinter Wuppertal. Hau ab, Mann. Rennt der gleich wieder? Häh. Läh, 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 läh. Voll der Klumpatsch. Mann, sterb doch endlich. Ich will nicht schon wieder von vorne spielen. Ach, really? Oh, bitte nicht. Oh, mir tut die linke Hand weh, Mann. Da liegt was. Oh, Gott, Alter. Wo war die scheiß Kiste? Da rechts, ne? Oh, nein. Bitte, bitte, bitte. Lass mich. Ja, zur Kiste. Bitte zur Kiste. Und hör auf zu rennen. Nein, 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 nein. Alter, ich will nicht mehr, ich kündige. Weh, der kriegt mich jetzt. Dann ficke ich alles, was hier rumliegt. Ey, der geht einfach nicht down, ne? Die Sau. Da muss ich aber los. Da muss ich aber los. Alter, einschlag oder was? Alter, einschlag oder was? Ach, leck mich doch. Leck mich, Alter. Alles von vorne. Ach, Mann, komm schon. Ist das behindert. Ist das behindert. Wenigstens ein, wenigstens ein kleiner Save-Point. Aber nein. Es muss ja alles von vorne. Doch, läck mich doch. Ist das beschissen. Also, ganz ehrlich, das ist echt schlecht umgesetzt. Weil du hat keine Möglichkeit hast, mal irgendwie Pause zu machen. ein Fehler und es ist vorbei. Das ist... Und er rennt. Das ist... Du, 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 du. Ja, ja. Ich brauche danach mal Urlaub. Ja, auf jeden Fall. Danach brauche ich definitiv Urlaub. So eine Schmutzkacke. Wer, wer, wer entwickelt denn sowas? Also, wer... Die müssen das doch selber mal spielen. Spielen die das selber? Wo ist der? Ich seh den gar nicht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ernsthaft? Hör auf zu rennen, Mann! Ach, Kinders, ich werde nicht alt heute. Ich dachte, mir spielst du mal so ein bisschen durch. Na toll. Aber nicht mit dem im Gepäck. Natürlich. Uza! Ich sehe schon, wie wir gleich wieder sterben. Ich sehe es schon förmlich vor meinem Auge. Vor meinem geistigen Auge sehe ich das schon wieder. Eher so da so. Ich so hier so. Eher so hinter mir. Ich so scheiße und ich gleich tot. Alter, wie viel hält der denn aus, Mann? Wie viel hält der denn aus? Ach, leck mich doch fett, Mann. Das ist doch übertrieben. Das ist doch völlig übertrieben, Mann. Na klar, und jetzt sterbe ich. Ja. Klar, Alter. Was für ein Scheißkack. Mann, was ist das für ein Schmutz? Kann ich mal einen Speicherpunkt haben? Ach, das ist doch scheiße. Ja, toll. Sie lassen die noch Leben fallen. Noch niemals Munition. Doch, da lag Munition. Doch, leck mich doch die Eier. Leck mir doch die Eier. Das ist ja ein normales Schwierigkeitsgrad, ne? Ich will es nur erwähnt haben. Natürlich. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Ich höre ihn rennen, aber ich sehe ihn nicht. Voll. Mann, lass mich! Du blödes Dingem! Alter, wenn wir jetzt sterben, ne? Ey, ich kündige. Ohne Scheiß. Ich kündige instant. Nein, 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 nein. Alter, wie schnell er angefangen hat zu rennen? Willst du dich verarschen? Hauf mit der Scheiße. Du Wichser! Sterb, Mann, du Penner! Sterb doch endlich! Mann! Was mache ich denn, wenn ich gleich keine Munni mehr habe? Dann stehe ich da. Wie Ochs vom Berg. Ich. Ist er tot? Natürlich nicht. Toll! Oh nein. Oh, großartig. Der ist immer noch nicht tot. Das war's gleich. Ich sehe schon gleich wieder unsere Ecke. Okay. Schön. Alter, ich habe ganz schwitzige Hände. Der Controller gleitet mir schon aus der Hand. Toll. Ich habe noch sieben Schuss. 14, oder? Müsstens sein. Ja, das... Ähm. Wie viel Schaden fressen Sie? Eher so alles. Die Entwickler so beim, beim, beim Spielprogrammieren so, beim Endgegner. Oh, wie viel Schaden möchte er haben? Alles! Wir programmieren alles in ihn rein. Er verträgt einfach alles. So, und jetzt? Was mache ich jetzt? Jetzt habe ich keine Munni mehr. Und jetzt? Toll. Was mache ich denn jetzt? Was, was, was mache ich jetzt? Ich habe nichts mehr. Renne ich jetzt den ganzen Tag im Kreis, bis mein Leben zu Ende ist? Was mache ich denn? Ich habe nichts mehr. Ich habe keine Munni mehr. Nichts. Darlich leben. Oh, toll. Leben. Ja, wow. Leben. Großartig. Hilft nur nichts, wenn er mich einmal schlägt und ich instant tot bin. Was mache ich denn jetzt? Irgendjemanden tippt vielleicht? Das ist ja großartig. Mann, dieser Kackklops. Dieser Scheißhaufen aus irgendeinem Kackloch rausgedrückten Kompass. Wo gibt es den denn, Mann? Nein, geh doch nicht ins Menü, Mann. Und duck dich noch, du Ochse. Mann. Können wir vielleicht Frieden stiften? Ich finde die weiße Flagge und dann ist gut. Könntest du das ein bisschen sein lassen? Bitte. Ich traue mich nicht, einfach so anzugreifen, den. Mit normalen Schlag. Solange rennen wir es, wenn der Mops kommt. Aber Mops kommen, glaube ich, erst, wenn du auf den Ballers. Also war es zumindest die ganze Zeit so. Ich meine, wir können gerne warten. Leider nein. Du kannst nur mit Waffen besiegen. Und ich habe schon gedacht, dass deine Muni nicht ausreicht für den Kampf. Toll. Super. Wo soll ich denn Munition herkriegen? Wie behindert das ist? Kann ich das Spiel auf leicht stellen in dem Moment jetzt gerade mal? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder? Schwierigkeitsgrad. Minimaler Schwierigkeitsgrad. Aber ich habe keine Muni. Das bringt ja nichts. Finkt nicht. Er so da rennen, ich so hier rennen. Toll. Was ist das für ein Kackgegner? Leider kommen die Mops nur, wenn er genug Schaden erleidet. Ja, habe ich mir schon gedacht. Also kann ich quasi wieder sterben. Ja, sehe ich das richtig? Also kann ich das Spiel nie bannen, weil ich nicht genug Munition habe. Ist das richtig? Wenn ich zu nah dran gehe, ich probiere das gleich mal mit Schlagen. Hä, warum rennt er nicht? Ah, warte mal. Ich habe noch eine Idee. Ich hätte noch eine Idee, aber ich weiß nicht, ob es klappt. Ich habe hier nichts zum Grabbeln, ne? Habe ich noch irgendwas zum Grabbeln hier? Scheiße. Irgendwas auf den werfen, aber ich weiß nicht was. Oh, jetzt rennt er schon wieder. Kannst du mal aufhören damit? Lalalala, lalalala. Ein Stuhl oder so. Hier liegt aber nichts rum, ne? Hier vielleicht im Regal irgendwas. Ich sehe den. Oh, 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 oh. Toll, ich habe... Ich habe auch nichts, ne? Aber es kann doch nicht sein, dass ich... Jetzt... Dadurch, dass ich keine Munition mehr habe, keine Möglichkeit habe, den zu besiegen. Das wäre... Selbst auf Minimal braucht der Abarthi viel. Ernsthaft. Okay. Wollen wir so kämpfen? Geht das? Wollen wir so kämpfen? Okay, lass uns so kämpfen. Lass uns jetzt so kämpfen. Ich möchte das. Ich möchte so kämpfen gegen dich. Los. Ich möchte so gegen dich kämpfen. Möchte ich. Nein. Okay, ich kämpfe nicht. Gefailte Spieldesign. Ja, finde ich auch. Also, wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe... Was mache ich denn dann? Was soll ich denn jetzt machen? Das heißt, ich... Für mich war es das jetzt gewesen. Ich kann das Spiel niemals beenden. Ja, sehe ich das richtig. Jeder Schuss muss sitzen. Mit den explosiven... Explodieren... Mein Gott. Mit den explosiven Dingern warte ich erstmal bis zum Schluss, bis ich keine Muni mehr habe. Und ich habe erst gedacht... Oder ich habe erst gedacht, man muss warten, bis der sein... Sein Dingster aufmacht. Sein Gesicht. Aber anscheinend ist es dir egal, glaube ich. Toll. Schlimmste Boss aller Zeiten, was? Ist das so? So? Jo. Moin. Grüß dich. Tachchen. Lalalalalalalalala Nö, seh ich nicht Er kommt Der Knight Rider Ein Monster und ein Mann Kämpfen gegen das Unrecht Oder Rennen gegen das Unrecht Ja, ja, du mich auch Patsch, 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 patsch Mann Du laufende Wrecking Ball Oh, da müssen wir vielleicht dann, wenn sein Kopf offen ist Vielleicht das hier mit versuchen Ich probiere das mal Nicht in die Arme laufen Nein, bitte nicht Nein Lass das Aua Toll Großartig Soll es La 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 la. Au. Ich glaube, man muss dann erst diese Eier wegschießen und dann, glaube ich, also nicht wörtlich nehmen, ne? Du 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 duu. Ich probiere das jetzt einfach mal, ob das so klappt. Mal gucken. Meine Theorie. Nein. Oh, so eine Scheiße. Fuck, Mann. Ach, leck mich fett. Mach mal, mach mal jetzt mal andersrum. Komm, wir machen mal andersrum. Habe ich mal Bock drauf. Mal rechts rum, nicht immer links rum. War ja nicht nur so ein rotes Ding? Wo war denn das? Ach, da drüben, ne? Du 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 duu. Da ist noch so ein rotes Ding. Er ist, glaube ich, stinkig, ja? Er ist, glaube ich, sehr stinkig. Wo sind die Teile denn? Da ist einer. Und der andere ist da. Okay, moin. Du 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 duu. Du 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 duu. Lade nach. Einmal im Kreis, bitte. Okay, sein Ding ist wieder offen. Das war unfair. Aua. Danke. He's running. He's running. He's running. He's here. There's no fear. Darkman ist der. Fat Klops ist hier. Uah. He's coming. He's coming. He's here. There's no fear. Ich bin da und er ist. Nein, nicht Menü. Mann, nicht ducken. Hör auf damit. Nein. Äh, nein. Hör auf. Ich bin tot. Oder auch nicht. Uah. Die liegen gut. Da kann ich wenigstens gleich einsammeln. Aber ich habe gerade ein bisschen Probleme hinter mir. Ich glaube, wir haben alle Sprengdinger erledigt, ne? Ich glaube, alle Sprengteile sind, glaube ich, weg. Und ich habe keine Munition. Lauf weiter. Lauf. Aua. Lass das. Danke. Wo ist der? Oh, er kommt. Jeder Schuss muss jetzt sitzen. Das bringt das nichts. Oh, Mann. Ich rutsche immer vom... Und ich rutsche immer vom Stick ab. Yes. Oh, Mann. Oh, nervig. Er ist nervig. Man muss es einfach sagen. Er ist echt mega nervig. So, der Schuss hat gesessen. Jetzt haben wir dafür keine Munition mehr. Aber wir haben noch hier noch. Viersinn. Kommt er jetzt? Er fängt wieder an. Uh, 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 uh. Der rennt, der joggt zum Kühlschrank. Auf einem Minimalschwierigkeitsgrad mit allem Hit macht er mich auch tot. Oh Gott. Okay. Lul. Nein, Mann. Oh nein. Nicht, dass ich jetzt durch sein scheiß Gift auch sterbe gleich. Mann. Der trifft mich auch überall, der Drecksack. Derерь steht nicht auf! Gen attempted revelmete Bluff Eleiter. Göttel Dr presentations. Oh Gott. Sie müssen nicht auf sein.